Ich weiß nicht, ob du das Gefühl ankennst, dass manchmal die Welt einfach zu schrill und zu laut und zu hell ist. Und ich habe mir einfach vorgenommen, höre im Advent, ganz viel zum Rausgehen, in der Stille zum Hören und so mit Möglichkeit auch zum Warnen, auf mein Herz zum Hören und eine Verbindung zu Gott zum Aufbauen. Und ich träge dir ziellos im Psalm 91 mit, weil da steht geschrieben, Der Herr befiehlt seinen Engeln, dass sie dich behüten auf all deinen Wegen. Sie tragen dich auf Händen, damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt. Ausser zum Finden, wer oder was, sind meine Engel, die mich trägen, die mir gut tun, die die Seele wärmen und die entschleunigend sind. Und ich wünsche mir für dich, dass auch du deine Engel findest und dir zieht nimmst, dass sie auch siehst in dieser turbulenter Welt. So, ich gehe jetzt raus und du könntest jetzt den Kanal abonnieren, denn ich denke, du findest da Sachen, die dir einfach nur gut tun.